Über 2,5 Meter, wo ist der Männer? Auf der Bahn 1 von SC Käpt'n, Jörg Wald. Auf der Bahn 2 von SC Käpt'n, Jörg Lange, deutscher Jahrgangsmeister Nils Wicht-Glasen. Auf der Bahn 3 von SC Käpt'n, Jörg Lange, Paul Wilhusen. Urlaub der Bahn 4 von DSG Darmstadt, der deutsche Rekordhalter, neunfacher deutscher Meister, Europameister 2010, Marco Pau. Und auf der Bahn 5 von SC Käpt'n, Schwimmen, Fabian Schwingenschwil. Und auf der Bahn 6 von SC Neukölln, Berlin, Toni Liedmann. Auf der Bahn 7 von SV Wasserhund, 98 Hannover, Mike Wittke. Aus der Bahn 6 von SC Neukölln, 20 Ruhiger Schwingenn. Und auf der Bahn 8 von SC Neukölln und 21 Ruhiger Schwingenn. Applaus . Auf der Wand zu der Siegfriedigstimme, Marco Kaufmann, der bereits die Norm für die WM in Dubai geschafft hat. Jedenfalls haben die Norm heute im Vorlauf geschafft. Die Norm für die WM ist diesen 2.6,7 ab. Der Siegfriedigstimme, Marco Kaufmann, der gerade noch nicht die vorlaufschnellste Zeit. Wie gesagt, selbst die Vorlaufzeit war auch eine Länge vor der WM im Norm. Und das wäre bei Platz 10 der jetzten WM-Leisterschaft im Kurzmarkt. Vorhin mal hat er diese Strecke bei uns bei uns im Meisterschaften gewonnen. Und das war die WM-Leisterschaften der WM-Leisterschaften der WM-Leisterschaften der WM-Leisterschaften. pessoa-p Wisconsin-anbieter Und wir kommen zu den nächsten Siegerrücken für die 50 Meter Freistil der Frauen. Die Siegerrücken werden durchgeführt durch Dr. Mike Matthäus, Abteilungsleiter am SV Meier-Wuppertal und von Viggo-Ruland, DSV-Vizepräsidenten. Siegerrücken, 50 Meter Freistil der Frauen.